hallo liebe freunde von auswandern thailand einen wunderschönen guten morgen heute gehen wir nach ranong hier auf dem weg halten wir gerade noch kurz an und zeigen euch mal was hier so gibt hier verkaufen sie was hier machen sie solche sache hier haben wir mal nach dem hinkau geht es weiter So, also hier ist der Ladef und der gute Frau hier. Alles Handarbeit, Handmade, ne? Schöne Sache hier. Schöne Korbe. Oh, da ist gut, Schatz. Sehen Sie, das ist, wie er es gemacht hat und so ist es fertig dann. Zeigen wir noch vor. Aha, so einen nehmen wir mit. So einen mit, Schäfer, den Teppich zu kloppen. Wunderbar. Schöne, handgemachte Sache, da tun euch keiner mehr. Gucken euch das an. So, weiter geht's, die wilde Fahrt nach Rannung. Muss man nicht unbedingt rufklettern, oder? Stimmt. Aber ich kletter gern. Oh, Motorradkruppe. Und? Ja, gut. Aber ich denke, wir gehen unsern, aber wir laufen nicht so. Ja, okay. Schau! Salihab! Annergärlich! Ein Gott fisch zu schatzsten! Ich gucke immer noch! Schäu, oder? Super schäu, oder? Hei, hei, komm. Vorne hat Angst, wo ich da laufen. Bambus. Die sieht ja mal cool aus, die Kaffeemaschine. Ach du Scheiße, die hat... Cool. Guck mal, dass wir einen Curry haben. Aha, okay. Sehr gut. Komm schon ab. Wie, 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 am Tag du? Wie bei dir? Wie bei dir? Wie bei dir? Bei dir? Aha. Wie bei dir? Ich hab gleich mal Werbung gemacht. Ach, Frau. Du immer mit deiner Angst. Ach, es dürfte nirgendwo hingehen. Der hat überall Angst. So, komm ins Wasser. Komm ins Wasser. Kannst du dir die Füße wischen lassen. Ich hab graduates 되고 es jetzt mit einem kommende Schossau. Komm ins Wasser. Ichатаile Salvador Crazy. Ich faculte nicht, wo das prix ist. Weißt du nicht. Ich experiments θα跑en dann immer weiter. Ich Craig, Leather hat eigentlich viele Monate am Vater. Aber ehrlich gesagt. Ähhhhhm. Das schmeckt wie Konzert drin, aber eh nicht. Ja, Lust an der Zeit. Ich laufe mit dem Chat in Nuna. Ich finde das immer so cool, wenn man ins Wasser sitzen kann. Ich kenne die Zikade jetzt nicht. Das waren ja beide scharfe Essen, das waren ja alles beide scharfe Essen, die sind ziemlich scharf. Ja, gut, meine Frau isst nicht so scharf, aber die war schon gut scharf, wenn sie so hat. Ja. Ja. Heiß, stoppen heiß. Du bist so gut, das ist so gut. Ja, ja, ich mag. Wir fahren gerade wieder in die Schlucht, rechts und links Berge. Wir fahren gerade zum Morgen. Sind wir da richtig? Wir machen eine Idee auf. Gute Idee. Was, Schatz? Ja, trotzdem. Moped heute schon ein bisschen weg. Ruhme ich nicht durch. Badezimmer. Wir gehen jetzt weiter. Alles zimmer ist schön. Ist ok. Na Mut, na Mut. Erstmal zumachen. Ja, dann hast du mir schon einen Gipschitz. Zimmer ist schön, doch. Zimmer ist ok. Zimmer ist schön. Gibt es nichts, Peter. Ja, aber halt Parkplatz, das nervtet will, aber gut. Schatz. War alles sau teuer hier. War alles sau teuer hier. War nicht, dass das so. Ich hätte lieber billigeres genommen mit Parkplatz. Ach Gott, guck mal da das Fenster. Ha! Kein Fenster, soll ich auch nicht gesehen. Du guck an. Ist unser Fenster. Warte ich mir auch in den Augen werden. Ne, normal nämlich kein Zimmer ohne Fenster, stimmt. Hopp, Leute, man kann es nicht ändern. Oh, nur eine Nacht, Auge zu und durch. Eine Nacht, Auge zu und durch. Liebe Freunde von Auswander in Thailand. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Okay, ihr Lieben. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bis morgen. Jawohl, tschüss. Tschüssi, bis morgen.